Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Seit kurzem ist der zweite Bunker geöffnet. Ich zeige euch den genauen Standort, welcher Bunker das ist. Es gibt übrigens jedes Mal eine goldene Waffe in diesem Bunker zu finden. Und es ist nicht statisch. Das heißt, ursprünglich dachte man, dass glaube ich in diesem Bunker immer eine goldene Sentinel oder eine goldene Proler war. Ich habe aber verschiedene Clips schon gefunden, wo man verschiedene Sachen sehen konnte. Ich habe einmal eine goldene Sentinel gesehen, eine goldene Proler. Ich habe jetzt in diesem Clip, wo ich euch zeige, wo dieser Bunker ist, eine goldene, logisch die Craver ist eine goldene Waffe, gefunden. Und es gibt eine geheime Nachricht in diesem Bunker. Es gibt so eine Art Luftschacht. Diese Nachricht kann man nur mit Krypto abspielen, weil man diese Drohne, die er hat, benutzen muss, um durch diesen Luftschacht zu fliegen. Dort gibt es eine geheime Nachricht nur für Krypto. Das ist eine von drei geheimen Nachrichten. Sprich, die erste Nachricht finden wir im zweiten Bunker, in dem aktuellen Bunker sozusagen. In einer Woche können wir den dritten Bunker öffnen. Da befindet sich dann wohl aller Voraussicht nach die zweite Nachricht und die dritte Nachricht dann im letzten Bunker, so wie es aussieht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich zeige euch jetzt den genauen Standort. Dann zeige ich euch so ein bisschen den Bunker. Natürlich, wo genau die Nachricht abzuspielen ist. Vergesst nicht, dass ihr das mit Krypto starten müsst. Und dann meine Stammzuschauer, gerade die Leute, die die Streams von mir immer sehen, wissen, dass ich nicht der absolute Sniper-König bin. Aber ich hänge noch so den ein oder anderen Graber-Schuss hinten dran, wo ich selber ein bisschen überrascht war. Das war es dann schon wieder soweit. Achso, ein kleiner Spoiler noch in eigener Sache. Hat mit dem Spiel nichts zu tun. Eventuell habe ich demnächst meinen Traumkooperationspartner am Haken. Ihr wisst, ich spiele mit so einem Aiming-Controller. Ich habe die Firma angeschrieben und die Firma hat, wie es aussieht, angebissen. Es ist noch nicht zu 100% in Sack und Tüten. Ich habe schon positives Feedback bekommen, dass ich einen Creator-Code für meine Zuschauer bekomme. Da könnt ihr quasi dann was bestellen und bekommt dann, keine Ahnung, wie viel Prozent man da kriegt, 5 oder 10% auf die Bestellung. Ja, schauen wir mal. Es ist noch nicht in Sack und Tüten, aber der Chef dieser Firma hat auf meine Nachricht reagiert. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Sollte das wirklich dann dingfest mit Unterschrift, keine Ahnung und so weiter sein, dann werde ich euch das natürlich wissen lassen, weil ihr habt ja dann auch was davon, wenn ihr nämlich Bock habt, so einen Controller zu bekommen, ein bisschen Geld zu sparen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, was da rauskommt. Ich habe die Nachricht gerade erst vor 10 Minuten gelesen, deswegen bin ich gerade noch ein bisschen mega aufgeregt. Und ja, jetzt viel Spaß bei dem Video. Wie immer schon mal vorab einen Daumen nach oben da lassen. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. News-Updates, Tipps und Tricks, Livestreams und so weiter. Das war es von mir jetzt. Viel Spaß mit dem Clip. Da fliegen nicht viele mit, das ist sehr gut. Ich hoffe, das Ding geht auf in dem Event. Was ist denn das für eine harte Landung? Da liegt eine Craver. Verrückt. Achso, da ist es doch. Gott, man sieht gar nichts. Stopp. Mann, alles klar. Man erkennt es echt schwierig. So, jetzt geht es hier runter. Okay, hören wir mal zu. Nachricht 1 von 3. Tee, ich bin's. Ich benutze das Verschlüsselungsprotokoll der Drohne. Nur du kannst mich hören. Sie, wer auch immer sie sind, kamen in meine Wohnung. Ich bin entkommen, aber jetzt haben sie mich erwischt. Ich dachte, die würden mich töten. Ich dachte, ich dachte, sie hätten dich getötet. Okay, das war Nachricht 1 von 3. Ja, ey. Puh, das hat reist. Ich habe mich bei meiner Drohne abgemeldet. Ich habe mich bei meiner Drohne abgemeldet. Ich habe mich bei meiner Drohne abgemeldet. Neuer Kielspitzenreiter bestimmt. Neuer Kielspitzenreiter, Vorsicht. Irgendwie hat er gesessen. Ich habe einen erledigt. Lade nach. Lade nach. Hey, wir haben da drüben. Der Paket aus. Haha, direkt durch dieses Teil. Einen Schritt näher am Sieg. Was geht denn ab mit euch? Baue einen Tunnel. Oh. 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 Ach, da war er. Werde beschossen. Uh, der hat gesessen. Ja, ich habe einen erledigt. Lade nach. Ich brauche Gesundheit. Lade meine Schiffe. Ich brauche. Ich brauche. Ich brauche.